Hallo und damit herzlich willkommen zu einer Runde Battlefield 1 Multiplayer und ich bin scheiß die Wandern man merkt ich bin kein guter Fahrer fahrts mal weiter Jungs ich schaffte es schon allein mit deinem Gehmasse ist aber hoffentlich das dann würde ich dann lieber schnell weggehen ich habe aber leider mal einen Fehler gemacht habe ich mir das 98er Scharfschützengewehr gekauft erstmal hört sich jetzt ja mal nicht scheiße an ne ich hab das aber gewusst ich hab die Meisterschutz genommen das Ding zielt so weit damit treffe ich gar nichts wir verlieren Einsatzziel z 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 zwei z z z z z z Tode. Dach. Einen. Also Glück. Und ich... Dach, ich treff gar nichts. Ey. Wir haben einfach noch einer rum oder wer schießt auf die? Wir haben Einsatzziel Fäser erobert. Wir haben einfach noch eine rum oder wer schießt auf. Vielen Dank. Jetzt, jetzt, ey, ich, jetzt, Mann, der ist schon tot. die zu schießen jetzt gar nichts Es ist nicht ein Gehschner gewesen. Scheiße, Munition geht langsam auch aus. Aber als ich das Gewähr zum ersten Mal gekauft habe, ist es eine... Scheiße. Okay, ich bin ja wieder ohne Zimony. Schaffe ich das? Ich weiß nicht. Was wäre mir denn für... Das wäre mir denn für ein deutscher Soldat, wenn man uns das nicht trauen würde. Wir verlieren Einsatzstiel Alba. Wir verlieren Einsatzstiel Werker. Ich bin ja doch nicht da. Ich darf nicht mehr auf jeden Fall loswerden. Okay. Scheiße, da ist die Munition leer. Scheiße, da bin ich eigentlich gar nicht mehr so sicher, ob da noch einer liegt. Das erobern die aber gerade. Ich glaube schon 5. Ich weiß nicht, dass ich mit dem Ding spiele. Okay, das ist noch klar. Nass. Oh, ich nehme es zurück. Die Tits? Das tut, ne? Der ist noch mal von meinem. da kann ich mal wieder einer hingehen zuschuss habe ich hoffe ich auch zu treffer jetzt hier ist das andere als ein doppel ne mann mann wo liegt der dort was haben wir schon mit Munition hier danach Pax sein Munition finden alles klar ne jungs ich bräuchte mal munition es ist mein fluchtzeug kommen Eierer nach der Zeit mit der Pistole, mir bleibt ja nichts anderes übrig. Wir haben Einsatzziel David erobert. Wo kamen die auf einmal alle her? An sich ist das gewesen gar nicht mehr so scheiße. Scharf ist das Schild nehme ich immer. Ich habe mir das viel, weil ich beim ersten Mal nichts getroffen habe. Nein, Stacheldraht! Jetzt hör doch mal auf! Ich treffe dich eh! So, wo warst du? Herr Bull! So, wo warst du? So, wo warst du? Meinetwegen mach ich das halt. Wo sind die hier? Wie? Ja, komm! Als ob er so schnell da oben reingekommen ist! Jetzt! Jetzt! Oh, scheiße! Panzerzug! Ja, egal! Jetzt! Das kannst du einpacken! Jetzt bin ich wieder voll motiviert und voll dabei! Jetzt kann ich ihm doch! Ja, egal! Ja, egal! Ich bin ja gar nicht so und hab, man hat das gebrochen! Ja, ich habe immer ein bisschen Schiss, wenn irgendein Fahrzeug kommt, auch wenn es so ein eigenes ist. Ja, Mann. Ja, er ober. Also hat er den Typ mit drin fertig gemacht? Ja, er ober. Ja, er ober. Ja, er ober. Hat er um der... Egal, er schlägt er noch. Ja, er ober. es geht ja mein Tun und tun Abweichung ausgebombt Schweine die zu viele schöne Kieles drin gemacht und Dornen die Tatsache der Städte Stuttgart in die Schmerz sieben Panzer zu Schicht haben wir hier vorfahren alles klar ich glaube das ist noch nie in diesem Tricks Ding drin da ist es alles ob es ihnen auffällt wir verlieren Einsatzziel Bernhardt das ist die 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 lässt da tot von dem panzerzog Jungs, der Ponsor-Toker hat euch irgendwie nix gebracht. Wie war das immer, die, die, äh, von denen grad, die, die wenigsten Kürzern kriegen in den Zuge, oder wie war das? Scheiße. Scheiße. Ich schieße lieber wieder auf Menschen. Jetzt räum doch nicht immer gleich weg. Oh, was war das? Ich sollte Angst vor mir haben. Das war doch voll hoch. Ey, der ist auch bei mir raus. Gut, ich sag grad. Ich muss mich, die ganzen Leiter. Ja, auch. Die hat sich gedauert, wo息 Dogs immer die ganze Kürze auf einmal, möchte ich auch mal hier. Näh? Ich war schon nicht so schön. er hätte sie hatte die ich habe keinen Schmack zu pieren der Typ neft mehr das geht mir meine ganze Kiel ist auch da sind ja viele Engländer oooohh man könnte sie einfach mal ranlaufen können oooohh er hat die Panzerfuß nachgeladen naja passend Glück ich glaub die Leiter war da auch noch hoch 11.4.17 merkt euch den Tag nein wir haben mal wieder eine Runde gewonnen nach sehr sehr langer Zeit bestimmt hört man mal wieder gar nichts weil ich den Tunzenload hat wie immer 26 Minuten gegen die Folge jeder halb 6 geht's nur 25 wie viel hat der mad master mad 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 master muss ich erinnern hä wo bin ich hä scheiße ah der hat 12.000 500 Dinge mal noch bis dahin danke fürs Zusehen macht's gut bis nächstes mal und tschau 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 tschau